Im Video heute geht es um 5 Verhalten übers Investieren, die sonst eher selten besprochen werden, die aber wichtig sind, um die richtige Erwartungshaltung beim Thema Investieren zu haben. Denn leider sehe ich es immer noch fast täglich, dass relativ grundlegende, aber richtige Verhaltensweisen unter Privatinvestoren nicht umgesetzt werden. Entweder weil diese nicht bekannt sind oder oft nicht befolgt werden, selbst wenn sie bekannt sind. Und das kann natürlich zu massiven finanziellen Schaden führen oder zu herber Enttäuschung. Und beides ist schlecht, deswegen lass uns gleich mit dem Thema starten. Bevor es losgeht, mein Name ist Armin, ich bin Ingenieurs, Doktor und MBA. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um persönliche Finanzen, Investieren und finanzielle Unabhängigkeit. Erstens, versuchen schnell an der Börse reich zu werden, ist kein gutes Ziel. Wir alle wollen wohlhaben werden und träumen vom großen Geld an der Börse. Aber hast du dich mal gefragt, wie Menschen, die schon reich sind oder sehr viel verdienen, das auch tatsächlich geschafft haben? Natürlich wollen dir viele Leute weismachen, dass es mit klugen Investments ganz einfach und schnell an der Börse geht. Ganz vorne mit dabei, bei so Get-Rich-Quick-Versprechungen, sind oft die Kryptowährungen. Und die waren vielleicht der Inbegriff des Schnellreichwerdens in den letzten Jahren. Und es gibt bestimmt einige, die damit große Gewinne einfahren konnten. Aber, und das zeigen Statistiken immer wieder, bei derartigen Versuchen, ganz schnell reich zu werden, verlieren die meisten Menschen Geld. Wenn wir bei den Kryptowährungen bleiben, so schätzt zum Beispiel eine Studie der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, dass die meisten Anleger, nämlich knapp 75%, die zwischen 2015 und 2022 in Krypto investiert haben, Geld verloren hätten. Der Rest hat während dieser Zeit zumindest womöglich keine Verluste gemacht. Wobei wir auch hier davon ausgehen können, dass nur die wenigsten wirklich viel Geld gemacht haben. Und bei diesen ganz wenigen kann auch einfach nur viel Glück die Ursache gewesen sein. Denn statistisch gesehen muss es bei so hoch riskanten Investments immer ein paar wenige mathematische Gewinner geben, die hohe Erträge einfahren. Und ob die Hauptursache dabei Glück war, kann zumindest nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit, schnell mit Krypto oder anderen Methoden reich zu werden, spricht also gegen uns. Trotzdem verkaufen sich so dubiose Get-Rich-Quick-Methoden nach wie vor sehr gut. Aber nicht, weil die so gut funktionieren, sondern weil es sich mit dem Verkauf und der Vermarktung dieser Geld verdienen lässt. Die meisten Millionäre, die vergleichsweise schnell reich geworden sind, haben dies übrigens nicht an der Börse geschafft. Sondern, wer hätte es gedacht, die meisten davon sind Unternehmer. Wenn wir uns zum Beispiel in Deutschland die Einkommensmillionäre anschauen, dann kam 2019 der Hauptbestandteil der Einnahmen dieser Menschen, nämlich knapp 75 Prozent, laut Statistischem Bundesamt entweder aus Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit. Zweitens, do it not yourself kann ziemlich teuer werden. Für deinen Wohlstandsaufbau ist die fatalste Strategie natürlich, wenn du gar nichts sparst. Denn dann wird dein Geld nie mehr. Und wenn du sparst, aber sonst nichts weiter tust, dann ist das auch eine eher ungute Strategie, weil die Inflation den Wert deiner Ersparnisse angreift. Angenommen, du hast 50.000 Euro gespart und lässt es über 10 Jahre einfach liegen. Dann ist es bei einer angenommenen jährlichen Inflationsrate von 2 Prozent nach dieser Zeit nur noch knapp 41.000 Euro wert. Dein Geld hat dann also knapp 9.000 Euro weniger Kaufkraft. Ein guter Schritt ist deswegen schon mal, wenn du einsiehst, dass du investieren musst, um der Inflation entgegenzuwirken. Und viele gehen dann einfach zu ihrem Bankberater, denn eine Beratung durch einen Experten kann ja nicht so verkehrt sein. Oder? Aber auch diese Methode hat so seine Tücken. Denn so Berater sind oft eigentlich Verkäufer und erhalten bei deinem Abschluss oder auch womöglich danach noch längerfristig Provision. Und dann gibt es oft zumindest einen Interessenskonflikt. Und das kann teuer werden, denn hier werden nicht selten Produkte mit vergleichsweise hohen Kosten empfohlen. Nehmen wir als Beispiel wieder unsere 50.000 Euro, die du diesmal über 10 Jahre investierst. Und der Finanzberater hat ja einen aktiv gemanagten Fonds mit laufenden Kosten von 1,5 Prozent pro Jahr empfohlen. Wobei du, das nehmen wir jetzt einfach mal an, eine gute jährliche Durchschnittsrendite von 7 Prozent erzielen würdest. Dann hättest du nach 10 Jahren knapp 98.400 Euro im Depot. Unter Berücksichtigung der Kosten sind es allerdings nur noch 85.400 Euro. Das heißt, 13.000 Euro hast du nur aufgrund der laufenden Kosten eingebüßt. Und das sind bei derartigen Investmentempfehlungen durch Bankberater meistens noch nicht alle Kosten. Wenn du allerdings so wirklich die Verantwortung für deine Investments übernimmst und selbst seine Produkte aussuchst und zum Beispiel in ein global gestreutes ETF-Portfolio investierst, wie es für viele Privatanleger sicherlich die beste Lösung ist, dann liegen die laufenden Kosten vielleicht so im Bereich 0,2 Prozent pro Jahr. Und wenn du auch hier 50.000 Euro über 10 Jahre anlegst und ebenso 7 Prozent Rendite pro Jahr machst, hättest du auch nach Berücksichtigung der laufenden Kosten immer noch 96.500 Euro. Die Reduzierung durch die Kosten macht also hier nicht mal ganz 2.000 Euro aus. Im Vergleich zu unserem aktiven Fonds hättest du nach 10 Jahren also über 11.000 Euro mehr, nur weil du dich in diesem Fall selbst um dein Investment gekümmert hast. Das spricht eine klare Sprache. Aber ist es nicht so, dass so aktiv gemanagte Fonds mehr Rendite bringen können? Schließlich kümmert sich da ja ein Fondsmanager um das Investment und der kann das sicherlich besser als so ein passiver ETF, oder? Drittens, Finanzexperten und Fondsmanager wissen es auch nicht besser. Wenn die Finanzmedien von einer Sache beherrscht werden, dann sind es Prognosen. Es gibt täglich eine unüberblickbare Vielzahl an Prognosen, was Aktienkurse, Wertpapierindizes, Inflationszahlen, Unternehmensgewinne, Zinsen und was auch immer angeht. Und natürlich stammen die meisten dieser Prognosen von Experten. Und auch wenn man es kaum glauben mag, die Erfolgsbilanz dieser Prognosen, das zeigt die Wissenschaft auch immer wieder sehr deutlich, ist haarsträubend schlecht. Und dabei ist es vermutlich egal, ob wir über Aktien, Edelmetalle, Anleihen oder Immobilien sprechen. Fakt ist, wirklich ausbeutbare, kurzfristige Prognosen zu treffen, sodass wir als Privatinvestoren auch wirklich davon profitieren können, ist mehr oder weniger unmöglich und die Trefferquote gleich dem Münzewerfen. So wurde zum Beispiel der historische Crash von 2000 bis 2003, als die Technologieaktienmärkte um mehr als 70% abrauschten, nicht von einem unter 1000 Aktienanalysten in dieser Form korrekt vorhergesagt. Und selbst wenn andere Ereignisse augenscheinlich korrekt vorhergesagt wurden, zum Beispiel die Finanzkrise 2007, 2008, so traf das vielleicht auf einige sehr wenige, unter augenscheinlich Hunderten oder Tausenden Experten zu. Aber auch hier waren das oft Leute, die seit Jahren immer wieder die gleiche Prognose wiederholten, weswegen man eigentlich auch hier von einem Glückstreffer sprechen muss. Oder der Experte lag jetzt halt einmal richtig, dafür aber die anderen zigmal daneben. Kein Wunder also, dass aktiv gemanagte Fonds in der überwiegenden Mehrzahl renditetechnisch hinter dem Marktdurchschnitt zurückbleiben, vor allem langfristig und insbesondere nachkosten. Denn so Fondsmanager wissen es halt auch nicht besser, wollen aber dafür bezahlt werden. Viertens, die besten Anlagestrategien sind langweilig. Wenn wir uns also nicht auf die Fondsmanager oder die zahlreichen kurzfristigen Finanzprognosen verlassen können, sollten wir das mit dem Investieren dann nicht einfach lassen. Naja, so ganz einfach ist es doch nicht, denn auf ein paar Sachen kann man sich voraussichtlich schon verlassen. Oder konnte man zumindest über die letzten über 100 Jahre. Nämlich, dass der Markt und die Weltwirtschaft tendenziell und langfristig immer weiter wachsen. Heißt, wenn wir in ein weltweit gestreutes Aktienportfolio investieren, welches die Weltwirtschaft über alle Regionen und Branchen abbildet, dann verfolgen wir damit nicht das Prinzip des kurzfristigen Spekulierens, sondern wir investieren in den langfristigen Trend. Prognosefreies Investieren in die Ertragskraft der Weltwirtschaft geht am besten mit ETFs, sogenannten Exchange Traded Funds, die neben einer wahnsinnig hohen Diversifikation auch gegenüber aktiven Investmentfonds zusätzlich noch extrem kostengünstig sind. Wir versuchen also mit dieser Strategie nicht den Markt zu schlagen, sondern wir nehmen einfach die durchschnittliche Marktrendite mit. Und diese ist absolut nicht zu vernachlässigen, denn wir sprechen hier von durchschnittlichen Renditen von knapp 7-8% pro Jahr seit 1970, was eine massiv gute Rendite darstellt. Wichtig ist hierbei langfristig zu investieren, denn auf kurzfristiger Basis können die globalen Aktienmärkte durchaus schwanken. Langfristig tendiert aber unsere Durchschnittsrendite zu einem soliden Mittelwert. Bestenfalls kauft man sich also ein und hält mehrere 10 Jahre. Und zugegeben, dieses langfristige Bein holt ist ziemlich langweilig und einfach. Es hat wenig mit dem Nervenkitzel und der Aufregung zu tun, mit der manche den Aktienhandel an der Börse verbinden. Aber für uns als Privatanleger ist es immer noch die beste Erfolgsstrategie, um langfristig unser Geld zu vermehren. Unter anderem deswegen, weil wir so nicht Tag für Tag ständig die Aktienmärkte verfolgen müssen, sondern einfach unser normales Leben führen können. Fünftens, investieren alleine reicht nicht. Angenommen, du investierst schon, dann gratuliere ich dir schon mal zu diesem Schritt. Aber uns muss immer bewusst sein, investieren alleine wird dich nicht reich oder wohlhabend machen, sondern du musst dich dann auch um andere Dinge kümmern. Kurzes Beispiel. Angenommen, du hast 4000 Euro in eine Anlage gesteckt und machst überdurchschnittliche 15% Rendite, was schon echt ordentlich ist. Dann hast du zwar eine Hammerrendite, machst aber leider immer noch nicht viel Geld, nämlich gerade mal 600 Euro. Das heißt, die richtig großen Summen kommen erst, wenn dein Depot schon groß ist. Bei 7% Rendite und investierten 10.000 Euro ist deine Rendite zum Beispiel nur 700 Euro. Bei 100.000 Euro allerdings schon 7.000. Und damit lässt sich schon richtig was anfangen. Und wenn du solche Gewinne auch immer schön reinvestierst, dann wird die Rendite eventuell auch bald fünfstellig. Aber bis dahin musst du erst mal kommen. Und das benötigt viel Zeit und viel Geld in Form von Einzahlungen. Und die Hebel, die du zur Verfügung hast, sind unter anderem Einkommen, Sparrate und Zeit. Klar, wenn du mehr verdienst, kannst du auch mehr investieren. Und wenn deine Sparrate hoch ist, weil du zum Beispiel ein solides Sparverhalten hast, kannst du auch mehr investieren. Und wenn du dann noch früh anfängst mit dem Investieren und lange dabei bleibst, dann kann durch den Zinseszinseffekt auch eine ordentliche Summe entstehen. Bei 500 Euro monatlichem Investment über 20 Jahre zum Beispiel über 250.000 Euro. Und zu diesem Zeitpunkt sind deine Renditen dann natürlich auch schön hoch. Aber wie schon erwähnt, diese Summe ist dann nicht nur durch intelligentes Investieren entstanden, sondern mit durch eine Kombination aus viel Zeit, hohen Einzahlungen und viel Disziplin. Deswegen solltest du also nicht nur auf deine prozentuale Rendite beim Investieren achten, sondern auch hin und wieder Gehaltserhöhungen anstreben, deine Ausgaben optimieren, deine Sparrate so hoch wie möglich halten und lange dabei bleiben. Und dann kann aus deinem Depot auch wirklich etwas werden. Und falls du wissen willst, wie sich dein Depot mit der Zeit so entwickeln könnte, dann empfehle ich dir dieses Video, in dem es um den Zinseszinseffekt beim ETF investieren geht und einige Rechenbeispiele. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.